Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Red Hat Rampion 2 Ja Toi, es stehen neue Pferden im Spiel. Egal Da sind wir wieder Nach dem der letzten Folge War das letzte Folge? Ich glaube das ist noch. Ja das müsste letzte Folge noch gewesen sein Als unser lieber Freund Arthur gestorben ist Ja und jetzt sind wir als John Marston So wie auch in Red Hat Rampion 1 Und jetzt schauen wir mal ob wir uns ein schönes Leben aufbauen können John, Jim, Milton Sure, Mr. Dickens Hm Hm Können wir, äh, nicht diskutieren das vor meiner Frau? Oh, äh, nein Ja, sicher Ja, natürlich, Herr Ich weiß nicht, Herr Ich weiß nicht, Herr Ich weiß nicht, Herr Oh, ja Aber ich höre, dass du deine Karriere begonnen hast Und mit dem du deinem Körper überraschst Wirklich wunderschön, Jim Was sollte ich tun? Der Ort wurde verabschiedet Also, du zeigst allen, wer der Boss ist? Wirklich gut Ich hatte keine Wahl Ich muss gehen Jack, wenn du hier fertig bist, komm mal raus und leid die Hand Hm Hm Ich hätte zuerst gesagt Ich schaue mich mal rein Komma, ich mach es Du? Diese, die, du goings mal rein rein? Natürlich Warum nicht? Ich, äh, äh, ich weiß nicht, ich, äh, ich dachte dass du er... äh... Ich bin ein Fantastiker Ein neues, äh da Wenn du hier Preise aufgehst Die Bewerbungen? Ich hatte gerade meine Wagen zurück. Das ist alles. Es war nichts. Oh, es war nichts. Es war Zeit, dass jemand auf die Leute kam. Oh, woher bist du, Freund? Well, du weißt, nach Norden, meistens. Ich bin in diesen Parten vor, aber das war vor Jahren. Oh, es hat verändert. Das bedeutet, dass die Brüste kommen und alles kaufen. Die Bewerbungen. Aber, naja, es ist nicht so wild wie es damals war, zumindest. Es ist das. Wenn es nicht zu persönlich eine Frage ist, bist du ein Bewerbungen, Herr? Oh Gott, nein. Nichts wie so. Oh, nur eine Bewerbungen, dann. Nur eine Bewerbungen. Ich hätte mir zuerst gesagt, wie sie heißen sollen. Ja, wir hatten ein paar Frauen hier. Oh Gott, nein. Ich fühle mich ein bisschen besser, wenn ich einen Bewerbungen wie du. Das ist sicher. Ha, wir sehen, wie du fühlst, wenn du mich anstrengst. Ha, ha, all right, dann. Hier sind die Bewerbungen. Hm. Ich hätte mir zuerst gesagt, wie sie heißen sollen. Ja, wir hatten ein paar Frauen hier. Die meisten von Milken. Aber die meisten von ihnen zerreben. Okay. Du bist gut mit Milken? Du weißt, ich habe wirklich viel gemacht. Ich konnte nie... Ich konnte nie... Ich konnte nie wirklich die Hänge. Du bist wirklich ernst, Herr? Natürlich. Es ist Jim. Jim Milken. Hey. Sitze, ich zeige dir. Hey, Hal. Entschuldige dich jetzt. Ich nehme dich nicht zu ernst. Es ist einfach, nicht wahr? Es ist einfach, nicht wahr? Ich habe fast eine Pfanne voll. Das ging schnell. Wo kommt denn die Milch da raus? Das... Das waren nicht die Zitzen. Ist das dein Junge? Natürlich. Hey, Lancelot. Hey, Lancelot. Hey. Wir werden noch eine Zitze machen. Ich habe nie gedacht, dass ich den Tag sehen würde. Schau und lernen, Partner. Wir müssen alle unsere Zutaten verdienen. Das ist genug, Jim. Komm schon. Wie geht es dir und der Junge? Hilfen mir die Stabeln aus? Natürlich. Komm schon, Junge. Es wird so schlimm, wenn wir das einfach ganz nett machen könnten. 12, Sir. Ich bin nicht so groß. In so einem schönen Namen. Ich mag es. Ich habe... Ich habe... Ich habe imaginative Eltern, Sir. Ich kann es sagen. Jetzt, es ist kein schönes Arbeit, aber es muss sich fertig sein. Mr. Dickens sagte... Ich weiß, was er sagte. Wir machen es. Wir machen es. Wann wir, Junge? Mhm. 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 Der ist sehr erfreut. Mhm. 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 Wir müssen... Wir müssen... ... versuchen, sich in dieser Arbeit zu nehmen. Wie schwer es sein kann. Ja. Wir müssen stolz zu empfinden, okay? Ja. Wir machen so eine Arbeit, wie ich möchte. Ja. 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 Das ist scheiße. Natürlich stinkt die. Äh. Achso. Ja. 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 So. Bring die Missgabel zurück. Begebe ich zum Haus, um mit Abigail zu sprechen. Okay, ich habe gerade gedacht, dass jemand ihn gerufen hat. Schauen wir mal nach unserer Frau. Danke hier. Alias, Abigail. Hey! Hey! Wo ist Jack? Schauen Sie, um die bessere Leben, die du möchtest? Wie ich bin? Es gibt keinen Fehler. Ich weiß. Ich denke, vielleicht können wir hier leben. Überleben. Wir machen ein bisschen besser als Überleben. Ich habe Angst, John. Also, wie du. Ich auch. Ich habe einen Kaffee. Ich habe einen Kaffee. Ich habe einen Kaffee. Morgen, Slippy Hat. So. Oh, drei Dollar. Wow! So, ich habe schon jetzt abgeschlossen. Drei Dollar. Okay. dann schauen wir mal was dickens die da für uns hat momentan haben wir eh keine große wahl hey milton can you give me a hand with this fence sure know much about fence building not really can't build a fence can't milk a cow ain't used to shoveling shits but took on a gang of robbers single-handed guess we all got our peculiarities mr dickens what was you doing before you came here told you wife got cheated out of inheritance we was an illegal dispute was a bad time sounds awful but i guess i don't believe a word of it i was raised to take a man at his word and also to believe this is a free country so free that i can't tell you what to think so i guess it don't much matter what you believe but i will work hard and i learn fast okay give me a hand with this fence yep there's plenty more to do pound it in there we don't want it coming down good now grab a rail line it up with a notch and place it in choose a notch and put it in now lift up the other side i gotta line up see so now the next rail you're doing all right that's it irgendwie passt das nicht rein da und rein da okay so i hope you've grasped the basics i got other matters to attend to but there's more than a day's work here for you all right so long i'll be counting sections when you're done okay und wirtschaft für anfänger Okay. Oh. Oh. Dummer idée. Zé dummer idée. Oh. Ah. Somewhere funny. I don't see why... operability is awesome. Ah crap. Ah, nein! Ich muss das bauen! Fuck! Ja geil, du bist 20... äh... Schlechtkeit, yay! Der Ausdauer! Hä? Ich hab ihn noch mal getroffen! Ich hab ihn noch mal getroffen! Oh, da! 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 Heh! Now, come on, you hunkin' Chuck! Relax, my friend! This way! Got him, Mr. Dickens! Ah, good! How are you doing, son? A bit sore, but I'll be okay. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, Mr.? Fine. He just got my head. Good. There he is. See you later, Jim Milton. We'll make a rancher of you yet. Hehehe. Hehehe. Mich interessiert aber echt mal, was dann auch passiert. Weil eigentlich könnte die Story so weit weitergehen, bis zum Ende von Red Dead Redemption 1. Was? Oh, das dauert zu lang für ein Epilog, also bitte. Das kann, das kann man nicht sagen. Hmmmm. I'll get the coffee on. Thank you. Every day the same dream. Ich gehe heute um mich selbst zu arbeiten, Jack. Hä? Du stehst aus Problemen. Wo bist du? Ich habe dir gesagt. Ich versuchte es im Krankenhaus. Tschüss. 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 Okay, Pa. Ich sehe dich später. Oh, nochmal 3 Dollar dazu. Landwirtschaft für Anfänger. Okay, wer das jetzt ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Wo sind meine andere Hände? Dammit, Abe. Abe? Mr. Gatti. Hast du eine Antwort für mich? Ich habe gesagt, Abe, wo sind die andere Hände? Ich dachte, ich habe gesagt, ich weiß nicht, Herr Geddes, Herr. Was ist das für mich? Wir haben 3 Horsen verloren, vielleicht mehr. Ein Mare, um zu füllen. Und keine Hände zu helfen mit ihnen. Ich sollte mich in die Stadt gehen. Das Ort ist Chaos. Hey, Pa! Kann ich mir ein paar Hilfe? Pa! Milton, Milton, bist du gut mit Horsen? Ich bin okay. Ich mache das, was er braucht, Herr. Ein guter Mann. Kannst du meine Hände helfen, meine Jungen, Duncan? Er wird auf dem Jeremia fahren, ein Horsen, der ist zu stark für ihn. Und meine Frau wird mit dieser Horsen helfen. Abe? Herr, Herr. Du und Dickens besser nicht machen mehr Fehler wie du heute gemacht hast, du hörst? Nein, Herr. Danke. Both von dir. Hm. Okay. 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 Soll ich die Horsen? Ja, was er geht? Ja. Wie geht's mit dem Jungs oder was? Oh. Wenn Herr Gettys geht in die Stadt, von dir, das ist nicht genau für ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, uh, okay then. All right, he'll be just at the end there. Well, I better get two. Thanks, kid. Hmm. You Duncan? Oh. I'm Jim. Jim Milton. Hey. Need a hand with that horse? No. Whoa. You sure about that? Okay, yes. Yes, I do. Pretty big one. That's Jeremiah. Okay, Jeremiah. There, boy. Oh, hey, easy now. Come on. Easy, boy. Oh, someone put some onions on their oats, didn't they, boy? Calm down. He likes you. Ain't sure he likes any of us, but I'll make him respect me and behave. Can't you teach me how to make him behave the same way as he does for you? I'm supposed to go help your mother. She's got a horse in full. That'll take hours. Well, train and a horse can take hours. Just give me a quick lesson, sir. Please. Okay. You're a good boy. I'm gonna take him out first. Burn some of this heat off of him. I'll be in the corral, man. I'm gonna take him out first. You're a little tired, or? Let's get a ladder up. Let's get a ladder up. Everything you got. Come on. Los! Schneller! Wer kann's nicht, pah! Wer ist irgendwo, was du besängst? So. Da haben wir uns doch zu tun. Bleib ruhig. Ich? Der Hör. Du bist ruhig. Mein Herz ist ein wenig. Du bist ruhig. 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 Ich werde nicht. Du bist gut. Sehr schön. Nicht, dass ich einen sagen muss, aber... Du bist sicher, dass es noch eine andere Hose gibt? Du gehst hier. Ich hatte einen Pony, aber ich bin zu groß für ihn jetzt. Ja? Du denkst, dass mein Sohn ihn ihn mitnehmen könnte? Ha. Lancelot? Ja. Natürlich. Ich werde ihn bei deinem Kabin. Alles klar. Danke, son. Kann ich fragen, sind wir in Probleme von all diesen Laramie-Boys? Sie sagen, Mr. Abel ist wirklich rich. Way richer als Pa. Und er hat all diese Hörer-Gunst. Out of Laramie, und wenn Pa nicht so, dann kommen sie hier und... Hey, einfach da. Du musst nicht über das alles beschäftigen. Du musst einfach über Jeremiah da. Ja, aber... Aber... Du musst einfach über das Hose. Ja? Ja, Herr. Ja, Herr. Ich denke, dass ihr beide bereit seid, zu gehen ohne eine Schöpfung zu gehen. Oh, ich bin nicht sicher über das. Du bist gut. Schön und einfach jetzt. Both von dir. Du bist Herr, Milton? Ich dachte, dass du mir helfen sollst. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin sorry. Komm schon. Ich brauche Hilfe von einem Mann. Duncan, was habe ich dir gesagt, über die Hand zu verraten? Ich bin sorry, Mom. Ja. Ich hoffe, dass du mich besser zu hören würdest, als mein Mann. Danke, Jim. Du bist gut, Junge. Gib ihm eine Karte, wenn du ihn runterkommst. Hilfe, Mrs. Geddes. John Marst. Geburtshelfer, Ranchhelfer... ... und Gewölverhelf. Respekt. So. You know much about birthing a foal, Milton? Not too much. My god. Where does my husband find men like you? Still, we all know where he goes in town. And it ain't hunting for hands. It's not too hard. You just stick a hand in there and get a feeling for where the legs are. Go on. Whatever you say, ma'am. Lecker. Ja. Beide finden. Okay, now hold on. Oh, I lost it. Oh. It's coming out one way or another. Grab them again. Then come. Get hold of it again. Reach around in there. Hold them, Milton. Little more. Okay, well, I think she's... Well, we're not out of the woods, but... I think she may be okay. Great. We'll make a proper hand of you yet, Mr. Milton. I hope so. Thank you. Oh, and Mr. Milton... Feel free to make a call at the house sometime. Perhaps even now. A drink to toast our new arrival. I'd like that, but... My wife is expecting me back. Oh. You married? I didn't know we had any married hands. Yeah. We... We have a boy. Maybe you've seen him around. Oh. I'm... I'm busy. Too busy for social calls. Of course. Are you okay, Mr. Milton? Hm. Hm. Ich glaube, die wollte ein bisschen mehr als nur anstoßen, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, sie sind verheiratet. Oh, äh. Ja, ähm. Vergessen wir den Anstoß. Hey John. Jim. Entschuldigung. So, this is what you wanted. Fake names, which by the way, Dickens sees clean through, us on the run. John, this is our chance to make something new. Come on. Please. For me. For him. How's he been? He's been kind of withdrawn. Quiet. You know. Sure. Take him out, please. Angelkin, for example. Come on, boy. Let's go for a walk. Come on. Hmm. Round to the left. What do you see? Pony? Get on him. We're taking a ride. Duncan, Mr. Getty's boy lent it to you. Let's go. How you doing? Fine. Can we go home? No. You're... Stay calm. Where would you like to go riding? Aside from home? I don't know. But maybe that stream? Good idea. You know all this. Get him going. Come on. You know. The horse can fill your fear. Just act confident. Okay? Uh-huh. Confident. Yep. Uh-huh. What's the last thing? Don't pull on the reins. You'll yank his bed out. Use your legs. There you are. Now let's go. Jack. A little kick and a... Hmm. See? You can do it. How about you speed up a mic? Okay. Whoa! That's enough. That's enough. That's enough. That's enough. You know, this ain't so bad, sir. Good. Amazing, what the right horse and a little confidence can do. Ein schöner Ausgleich mit dem Sohn... Ist auch immer schöner, auch etwas mit der Familie zu tun. Aber echt verdammt nett von dem Jungen, dass wir das von ihm kriegen. Ich hoffe mal, dass wir keinen Ärger kriegen, deswegen... Wo? Achtung! Achtung! Hier sind wir. Ja. Ja. Wir müssen zurückkommen. Du denkst, dass du bereit bist für eine kleine Runde? Ich glaube. Ja. Wie führen wir die anderen? Mit Check. Ja. 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 Das ist schön. Ja. 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 Du bist der erste, Junge. Du bist der erste, den wir töten. Lass ihn unten. Warte, Junge. Warte. Schau mal diesen schweren Mann. Geh raus. Oh, Fancy Bandsgett ist, dass du dich schwer für ihn bist, oder? Nein, er hat mir geholfen, um den Ort zu halten. Er hat ein paar Probleme... ... mit Vermin. Oh, hört auf das. Der ist echt komisch. Oh, Fancy Bandsgett ist. Oh, Fancy Bandsgett ist, dass du dich erinnert. Oh, Fancy Bandsgett ist. Oh, Fancy Bandsgett ist. Oh, Fancy Bandsgett hat. Die sind nicht, weil du dich bist. Er ist, weil du dich schrecklich bist. Du bist eine Hilfe! Du brauchst Hilfe? Der Mann hat das Mann! Er hat mich erst mal angeschaut. Du kannst es käuern, Mann. Ich gebe dir das. Wie ist deine Frau in der Spannung? Ich lasse meine Frau alleine. Oh, sie ist wirklich schön. Geh raus! Oh, du hast recht eine Temperatur. Imagine, du bist frustriert mit deinem Leben. Mariert zu einer Schuss-Shovelin-Farmhand. Was machst du hier falsch? Ich lasse meine Frau alleine alleine. Willkommen in Big Valley, Tim Milton. Pleasure to meet you both. We'll see you again. And you, boy. Tell Mr. Geddes we called. We'll be back. Thank you, Mr. Milton. Thank you. Don't worry about it. Stop acting like a goddamn storybook hero, will ya? Welche Wahl habe ich? Plenty, you moron. Plenty. Hm? Klar, genau. Scheiß drauf, ob er jetzt geschossen wird. Mhm. Ich verstehe schon. We all get caught eventually, John. I guess the trick is to decide by who. Hm. Ja, Dutch. Ja, Dutch. Bist du noch geschossen? Alte Angewohnheiten. Hm. Äh, scheiße. Milton. Mr. Geddes? Hey, I heard we had another incident with the, uh, Laramie Boys. Yeah, there was an incident. Well, I didn't mean to scare me. Are you scared? A little. I've got a lot invested in this place, and not just the land, but my family. It's, uh, it's hard to explain. I understand. I'll do my best to keep you safe, sir. I know you will. So how's your family? Ah, just fine. I should probably head back. Yeah, I know how it is. How'd you get on? Okay, I guess. Better? Sure, I'm just tired. Hmm. I know. Hmm. Hmm. Anybody want some more? Hmm. No, I'm good. I miss Mr. Pearson. John Marston. You're such a pig! Alright. It's getting late. Let's get some rest. Good night, Jack. Good night, Mama. Good night, Jack. Good night, Pa. Good night, Pa. Oh. What the hell was that? What are you... What are you doing? My job, I have a Gail. Lock this door behind me. Don't open it unless you know it's me. Ah, tushas. It's a SFX. What the fuck! Who's this? New hand. Watch him burn! Ich habe meinen Wind verloren. Da kommen wir. Was hast du schön drauf? Natürlich, Herr. All right, Jim. Ich weiß, dass du dich selbst wachst. Ein bisschen. Geh' dich und weg. Geh' dich? Oh, nicht mit mir spielen. Wir brauchen deine Hilfe. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, oder was dein Name ist. Das ist die Land der Second Chance. Entstanden. Okay. Komm her, das ist ich! Was war das? Mr. Getty wurde verletzt. Sorry zu hören. Was machst du in dieser Sache? Mr. Getty ist wirklich gut für uns. Wir... Ich... Was machst du? Mein Job, Abigail. Mein verdammter Job. Ich lege den Weg. Das wird das letzte, was wir von ihnen hören hören. Ja, ja, richtig! Tja. Jim Milton reitet wieder. Ja, dann steck' ich ab. Ja, dann steck' ich ab. Los geht's! Ja... Es gibt viele Schäuern. Ich gehe direkt in. Tom... Du gehst da und versuchen, uns etwas zu retten. Abe... Du versuchst den Ort und kommst von hinten. Ich gebe dir einen Moment oder zwei, dann gehe ich in. Ja, Herr. Hey! 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 Es gibt einen Schäuern. Ich dachte, ich komme hier. Du bist so schwer. Komm mit mir. Du bist hier, um ein Geld zu machen? Du bist zu late, Partner. Ich bin hier für unsere Kädel. Und für euch alle. Ha, 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 ha! Du hast gesehen, wie viele Menschen wir haben? Wie viele, wie Geld wir kaufen können. Nein! Jetzt rausk' aus hier, Heysied. Bevor du ein Schäuern in deinem Kopf hast. Just shoot ihn! Ich bin... 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 Ich bin überhaupt Flow cutting! Ich bin ja already... Ich bin... 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 Ich bin ein Wettbewerb! Komm schon, los geht's! Hörst mich! Das ist die andere, naja? Das ist die ganze Zeit! Oh! Puh, kommt ihr auf einmal! Ah, scheiße! Hallo? Oh! 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 Da wirst du noch eine Pisse! Ich hab alles reingenommen. Scheiße. Ja, ich bin tot. Ich hab nicht vorher viel mehr verstecken sollen. Scheiße. Oh mein Gott, shit Evans. Hey, hey! Ich weiß, du bist hier drin. Ach, da ist er. Ah, hau ab, das hatten wir schon mal. Die Wegpenner. Ist er das stärker geworden seit letztem Mal? Ah, scheiße. Oh, das war's. Oh. 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 You know that woman of yours got the look of a woman ain't had a real ride in her life. Schnauze. Nicht mehr mit. Na, blindern wir mal. Naja. Oh, den Hut natürlich schon mitnehmen. Das ist Arthurs Hut. Ah. War ja nicht da was? Nö. Hm. Hä? Auf einmal allein? Leider zur Pronghahn-Range zurück. Ich würde noch ein bisschen gerne ran schatzen, aber wenn es nicht geht, dann geht es leider nicht. Ja. Wir sind zurück. Nur diesmal in der anderen Haut. Und unsere Faust bestimmt nicht glücklich darüber, wie es ausgegangen ist. Ja. Hey, du bist zurück. Du hast recht gut gemacht, Mr. Milton. Dieser Mann kann wirklich kämpfen. Er hat den ganzen Ort. Ah. Das war nichts. Du... Du hast... Du hast meine... Nein, ich muss nichts sagen sagen, Herr. Ich mache meine Arbeit. Ich glaube nicht, dass sie heute zurück werden, aber... wie geht es? Wie geht es, Abe? Nur in der Zeit, wenn du aufstehen kannst. Ja. Wenn du nichts oder hörst, dann kannst du den Riffel drei Mal. Drei Mal. Wir werden alle fahren. Wir werden. Wir werden. Oh, gut gesagt. Und danke, Herr Milton. Wirklich. Ich bin froh, dass du in der Arbeit bist, Herr. Ich verstehe. Du hast ein wenig Zeit. Danke, Herr Geddes. Was? 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 Was ich habe? Was ich habe? Just answer mir das. Was ich supposed to do? Vielen Dank. Soviel zu dem neun, einfach-an-leben. Du musstai eine etwas oder anderen. Es gibt keine zwei Menschen, der sie gewinnen. Das ist alles, was ich sag mal. Oh ja, Arthur. Jim Milton ist wiederise checkout. Was ist das denn hier? so was gibt es wieder schön